Natürlich. Achmat, wenn ihr nichts anzuwenden habt, werden wir diese Männer in Festum absetzen. Und wenn wir das nächste Mal in die Kundchirm sind, ein ernsthaftes Gespräch mit unserem Verwalter haben. Und ihr meint, man kann diesen Leuten trauen? Ich meine, auch ich habe gehört, dass ihr euer Verwalter Drachentöter nennt. Und wir können seine... Äh, seine Ehrenelder haben sie hier befragen lassen. Er wird die Wahrheit schon aus ihnen herausbekommen. Wenn die Säure gewissen beruhigt. Das würde mein Gewissen in der Tat beruhigen. Gut, darum können wir uns aber bekümmern, wenn oben nicht mehr alle mal nach Gefechtsstation sind. Wenn ihr bitte die Arche steuern möchtet? Natürlich. Ja, mit den Worten, ich schaue noch mal kurz zu den beiden blinden Partisagieren, schüttel nur den Kopf und marschiere dann auch nach oben. Ach, wartet. Ömer. Ja? Dir wird ein kleiner Geldbeutel in die Hand gedrückt. Was? Ehrlichkeit soll belohnt sein. Okay. Da sind fünf Dukaten drin. Ömer macht ihn auf. Äh, die... Okay. Ömer steckt das ein. Ich verwalte das Wange für euch, bis ihr es braucht. Kein Ding. Ja. Achmed geht nach oben und... Ich weiß nicht genau, was Janas Plan ist. Ich nehme mal einfach an, nah ranzufahren und die Leute aufzunehmen. Na, bereit machen zum Entern. Genau wie wir es geübt haben. Niemand springt ins Wasser. Ja, also, äh, ihr könnt dann das Ganze nach den geplanten, ähm, fähigen Händen von, von Kiaras durchführen lassen. Äh, als kleine Talucke, es ist einfach ein Witz, die haben überhaupt nichts euch gegenzusetzen. Warte, 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 wir enter den nicht. Ihr könnt die Fischer dann entweder an Bord nehmen oder auf ein Ruderboot oder sowas absetzen, damit sie dann ins Festland kommen. Und dann könnt ihr den, den Rest der Talucke könnt ihr dann fressen, wenn ihr wollt. Das ist relativ unspektakulär. Und, ähm, der, die beiden, äh, Agenten-Spione können zu den beiden Magiern gebracht werden. Werden sie dann auch. Euer Jan, euer Wohlgebohnen. Können wir etwas für euch tun? Nun, da ihr neuerdings Akkulut unseres Herrn Paras seid, hatte ich gehofft, ihr könntet mir bei einer Sache der Wahrheitsfindung zur Hand gehen. Immer. Wie kann ich euch helfen? Nun, diese beiden Männer hier sind offenbar blinde Passagiere unter Deck gewesen. Haben eine, hm, Geschichte zu erzählen, wie sie da wohl hingekommen sind. Wenn ihr möchtet. Mit einem Handwink zu den beiden Passagieren, sie sollen nochmal erzählen. Ja, sie geben das gleiche zu Protokoll. Sie wurden in Kuntium, ähm, in einer Taverne von, äh, einem Mann namens Drachentöter angeworben, der wohl behauptet, dass sie eine sichere Passage von Kuntium nach Festum bekommen und von dort aus sollen sie in Richtung Süden vordringen. Mh, Mendener, ähm, ja, einen kleinen Posten errichten und dann von dort aus Brieftauben nach Kuntium schicken. Haben die denn ihre Ausrüstung mitgenommen oder sind die da jetzt hier ohne die beiden Seesäcke mitgegangen? Ich hätte die mitschleifen lassen. Ich würde mal deren Ausrüstung durchsuchen. Also passt ihre Ausrüstung zu ihrer Geschichte. Winterkleidung. Ähm, zwei Brieftauben, die dann jeweils in kleinen Käfigen sind und, ähm, ja, weitere könnte man dann sicherlich auch im Endeffekt kaufen. Ähm, aber viel Geld, was sie noch haben, mit dem sie dann über die Runden kommen, da ist jetzt nichts irgendwie dabei, was deine, ähm, ja, was das Ganze unlogisch erscheint. Aber, wenn ihr wissen wollt, brauche ich entweder eine Menschenkenntnisprobe oder eine Heilkunde Seele oder irgendeinen Zauber, den ihr jetzt auf ihr anwendet. Sind das Toilamiden, Marufakt? Würde du dich? Der eine ist ein Toilamide und der andere ist ein Mittelreicher. Den Toilamiden will man sich vielleicht näher anschauen und den versuchen einzuschätzen. Den anderen, naja, der ist eben kein Toilamide. Ich würde mich auf den Mittelreicher konzentrieren. Ich auch. Ich kümmere mich auch um den Toilamiden. Aber irgendwann kennt sich der wohl besser aus. Nun, euer Ehren, was macht ihr aus dieser Geschichte? Eine Frage, was sagt der Meister mit dahin? Zauber wendet ihr nicht an? Nein. Ich möchte erstmal gucken, wie ich so klarkomme. Ich würde sie aufstehen lassen, sie sich ausziehen lassen und sie auf Dämonenmaler untersuchen. Gute Idee. Was sieht da? Anatomie werfen oder was? Heilkunde wunden. Magikunde. Ich bin auf jeden Fall auf jeden Fall dem Magier gespannt über die Schulter, was der jetzt wohl mit dem nackten Gefangenen macht. Möchtest du ihm noch irgendwas Spezielles? Möchtest du ihm die Haare rasieren an verschiedenen Stellen? Es reicht wahrscheinlich, wenn man sie, die Haare, so wahrscheinlich, wie lang sind denn die Haare, fragen wir es so rum? Ähm, mittellang. Also ungepflegt vielleicht ein bisschen, ähm, ja, sie sehen ein bisschen verwegen aus. Es ist auch echt ein bisschen eklig, die anzufassen, weil sie nicht getusht haben. Also, äh, du fährst die nicht wirklich gerne an. Naja. Dann würde ich dieses Ömer überlassen, äh, die Haare beiseite zu ziehen, dass man auf die Haarwurzel, auf den Schädel gucken kann. Du möchtest dich möglichst blöd an. Soll ich so? Dann macht er es genau in die falsche Richtung. So andere Hinten rechts vertauschen und so. Ja, wenn Abel mir mit dem Kopf so ein bisschen weiter nach vorne guckt, um dann so zwischen den Haaren vorbeizulugeln, kannst du sehen, wie eine Laus in deine Richtung springt, damit ich nicht treffe. Hey, Springschritt zurück. Äh, wir sollten ihnen die Haare scheren. Warum sollten wir ihnen die Haare scheren? Sie übertragen Krankheiten. Nun alle anderen Leute auch, die sich lange nicht gewaschen haben und Haare haben, das ist kein Grund. Äh, es ist widerlich. Auch nie, es ist kein Grund. Habt ihr uns erlebt, nachdem wir in so ein Wasser gesprungen sind vor Kunschom? Nein, habt ihr nicht, da wart ihr nicht bei. Das war natürlich nicht angenehm. In jeder Grund gibt's Kampf, komm, Arsch. Kampf? Warum wird denn da... Nein, ich frag nicht. Nein, nein, nein. Ich vertraue Karino. Ömer, könnt ihr in die Haare scheren? Es reicht, Raspel kurz. Ich hab nur kein Schermesser. Er nimmt eine Schere. Ich bin nicht zu viel Schere. Aber mir wird niemandem die Haare geschoren. Es ist notwendig und wichtig, um sie auf Dämonenmale zu prüfen. Euer Janeldam, wie seht ihr das? Ihr seid schließlich die Kompetenz auf dem Gebiet. Oh, das wird eine saftige Nachricht an diesen Drachentöter. Er hat gesagt, ich wusste das alles. Oder er, ihr wusste das alles. Ich würde jetzt, ähm, dem Mittelländer in die Augen blicken und dann ein Respodami-Wahrheitszwang wirken. Ja, dann... Guck, ich kann mal auf, der durchgeht. Lass dir Zeit, Noob! Lass dir Zeit! Idiot! Der hat mehr als Magierer-Sstands 2! Ja, ich hab den Saumobox-Offs jetzt! Ja, hättest du dir Zeit gelassen, dann hättest du 6 Punkte über! Ja, hab ich nicht. Aber... Mach's doch mal! Chippy. Gib ihm. Ja, dann... Oh, Mann. Hast du dir Zeit gelassen, nachdem du gechippied hast? Ja, was soll der Geiz? Kann er doch nicht. Kann er nicht. Ja, hat er mehr Magier-Resistenz 5, dann kann er den widerstehen. Wie viel ASP kostet der denn? Drei. Okay. Warum chippiest du dir da einen Zauber, der nicht drei ASP kostet? Kein Geiz. Kein Geiz. Oh, Mann. Alles klar, dann verlierst du jetzt zwei ASP. Und du merkst, dass du gegen die geistige Magier-Resistenz der beiden stößt. Da ist auf alle Fälle... Du könntest sie knacken, wenn du dir Zeit lässt. Könntest du sie knacken. Aber aktuell ist das so nix. Ich bräuchte etwas mehr Zeit, um das genauer zu analysieren. Ich bin mir nicht sicher, ob sie die Wahrheit sagen. Nun, dann nehmt euch die Zeit. Wir haben keine besondere Eile. Offensichtlich, wie ich das von draußen höre, wird das Schiff gerade noch... ... in Beschlag genommen. Ich fühle mich jetzt einfach erstmal nur noch mit ihren... Also mit den Sachen beschäftigen, die sie dabei haben. Aber ob die irgendeinen Eindruck auf mich machen, ob die vielleicht sogar magisch sind, was auch immer. Wie ist denn die Zauberdauer oder die Wirkdauer... Nein, gar nicht die Zauberdauer vom Respondami. Wie lange dauert der? Drei Aktionen oder so. Drei Aktionen. Okay, das heißt, es dauert jetzt sechs Aktionen. Das sind wie viele Sekunden? Du kannst das direkt danach nochmal wirken, weil er nicht fehlschlagen ist, sondern einfach nur... Naja, also... Ne, das war jetzt hier... Achso, doch, klar. Du musst jetzt keine fünf Minuten warten, ne? Das, das meine ich. Achso, ich dachte, ich müsste fünf Minuten warten. Nö. Lass dir jetzt einfach Zeit, Mann! Ja, das ist jetzt auch mein Plan. Ich lasse mir einfach Zeit dabei. Gut. Oh Mann, Neujo. Wir haben fünf Punkte über. Ey. Ja, der Mann scheint gut zu sein. Du verlierst weitere zwei ASP? Ja, der war hier wieder leer und hat nichts erreicht. Ich schlag gleich irgendwann. Ich schau Abel mir an. Ich wollte gerade sagen, möchte Abel mir irgendwas Sinnvolles tun. Er hat für sein Geld bisher noch nichts getan. Ich würde weiter... Also, der Körper selber hat keine Dämonenmale. Der Körper weist zumindest keine offensichtlichen auf. Du weißt, sowas könnte auch im Inneren verborgen sein. Also, die Zunge oder die Zähne, Augen. Okay. Aber nein. Also, wenn du nur mal schaust, nein. Es gibt keine Dämonenmale. Gut. Und Eldan, spricht ja die Wahrheit. Es scheint so, oder? Ich bin mir nicht sicher. Was? Ich habe sogar Eldan und ich habe Ömer eine private Nachricht geschrieben. Ja, ich weiß. Aber mein Charakter ist sich nicht sicher, weil er nicht durch seine Magieresistenz kommt. Die sind gut. Der Mann scheint zu ihm. Im Training erhalten zu haben, dagegen. Und seine Sachen haben, machen aber nicht den Eindruck, hey, ich bin magisch oder ich könnte versteckt magisches Artefakt sein. Gut, wir sollten ihn trotzdem zur Sicherheit wegsperren erstmal. Selbstverständlich. Die Frage ist, ob wir sie in Festum freilassen sollen, damit sie ihrem Auftrag nachgehen können. Denn wir könnten Spione in Mendena gebrauchen. Das ist die Frage, für wen sie spionieren. Für das Reich? Oder für die Schwarzen Lande? Nun, warum sollten die Schwarzen Lande denn in Mendena spionieren wollen? Vielleicht sind sie Spione, die nach Festum ausgesandt werden. Das ist möglich. Durchaus möglich. Weil die Spione auf diesem Schiff? Dann würden sie wohl kaum in Festum von Bord gehen. Das sagen sie ja nur vielleicht. Aber sagt einmal, Abel mir, wollt ihr nicht auch irgendwas Nützliches zur Situation beitragen? Ich benutze leider keine Hilflichzauber, die ich so auf. Ich könnte jetzt nicht verbrennen, aber das ist nur nicht hilfreich. Das würde auf jeden Fall das Problem lösen. Ich werde mich nochmal intensiv mit ihnen befassen. Ich würde jetzt einfach eine Befragung nochmal weitermachen. Ich möchte jetzt mit dem Mittelländer auf seine Kindheit eingehen und mir im Grunde halt Sachen merken und ihn dann später darauf nochmal antworten lassen. Ich würde Analyse wirken. Ich lasse mir Zeit dafür, um zu gucken, ob auf ihnen eine Bezauberung liegt, die ihr ihren Widerstand erklären würde. Ich lasse mir Zeit dabei. Erst den Analyse? Erst den Analyse, genau. Okay. Obwohl, ein Odem bringt Feuerwart. Ich könnte die Hälfte vom Odem-Krieg als Ersparnung sozusagen ansetzen. Genau. Dann würde ich erstmal ein Odem-Worken. Also wenn du, Information, wenn du ein Analyse wirkst, immer vorher den Odem, immer. Dann würde ich mir Zeit lassen, wie gesagt, und erstmal Odem wirken. Na gut, die Hälfte sind drei. Heißt, ich hätte drei Erleichterungen, die Hälfte also. Plus nochmal drei für die Zeit lassen, für den Analyse, wäre eine Erleichterung um sechs. Richtig? Nee, kriegst du nicht vier durch Zeit lassen? Ja. Weil du Gildenmagier bist. Okay. Dann lassen wir vorhin sieben Punkte über. Ich bin kurz darauf, auch lautlos zu weinen. Nicht nur du! Also hätte ich... Hast du eine Viererleichterung, ne? Achso, hast du. Wird es halt auch so eine Prei aus, weil du kriegst Helder. Aber echt, da kannst du immer noch genauso viel wie jetzt. Dann würde ich halt kaum nicht so viel. Kannst du den Rest vor Dami in der Kammer, mit Kammer sprechen. Und würde dann den Analyse wirken. Oh Jungs. Es liegt kein Zauber auf ihnen, sie haben keine Artefakte bei sich. Mist. Gut, es liegt kein Zauber auf ihnen, so wie es aussieht. Also sind sie entweder mental sehr gut geschult. Auf wem? Von beiden? Oder auf beiden gleichzeitig? Äh, der Odan wird gleich auf sich... Auf einen. Ne, auf einen. Du hast den Ex-Sichtbereich ansagen. Mir wird das zu viel. Uktan, nimm dir drei Männer, bring die beiden zu einer Kabine. Sie stehen unter Arrest. Eldan, bis wir in Fessung sind, erwarte ich Antworten. Damit rausch ich aus dem Raum. Kapitan! Karinor, bitte gebt mir gute Nachrichten. Bitte, bitte, bitte. Natürlich, wer sind diese beiden Leute? Fragt nicht. Soll ich die Planke vorbereiten? Nein. Schade. Nun, das Schiff wurde erfolgreich erobert. Wir haben drei Rinder erobert. Wir haben zwei Fischerboote erobert. Alles sehr gut für Helmpot zu gebrauchen, denke ich. Wir haben 15 Gefangene und nun eine Talocke, die nun gefressen wird. Für OT sechs Handlungspunkte. Nice. Und an so einer kleinen Talocke ist natürlich nicht viel dran. Wir werden auf dem Weg noch eins auftreiben müssen. Ich war doch überrascht, dass die Rindviecher dabei hatten. Ich auch. Nun gut, nun gut. Man hat das, was man kriegen kann. Ja, ihr könntet ihr natürlich dann auch in Festum dann als Fleisch verhökern. Beratet einen weiteren Kurs nordwärts vor. Haltet euch relativ nah am Land, damit wir noch ein Schiff aufbringen können. Ah, und die Männer hatten Spaß beim Entern und ein wenig Übungen gemacht. Ja, und diesmal ein bisschen was größeres, ja. Okay. Die nächsten zwei mit 20. Kommt. 15. 15. Eine einzelne Piratenteilucke versucht zu entkommen, sobald das Schiff der Helden in Sichtweite ist. Dann wird das sicherlich eine etwas größere sein, diesmal sogar zweimastig. Und auch die könnt ihr dann mit dem Aufbringen von Sprinten, eine Aktion, einmal eine Runde Sprinten für zwei Handlungspunkte. Kriegt ihr die ohne weiteres Geplänkel. Ihr habt genug Söldner, ihr könnt dann die Leute wieder benutzen, um weitere Gefangene zu machen. Das heißt, ihr habt sechs Handlungspunkte durch die kleine Talucke bekommen. Zieht euch zwei für den Sprint wieder ab und bekommt jetzt noch einmal drei W6-Handlungspunkte dazu. Wow. Haben diese Runde denn nur noch Talucke? Männer, auf geht's wieder zum Entern. Wollt ihr noch ein Chippy benutzen oder wie viele Schiffe wollt ihr noch kaputt machen? Noch ein Dutzend. Ich meine, wir bewegen uns vorwärts. Es ist nicht so, als würde jeder einzelne von denen lange Zeit brauchen. Ja, du sagst richtig. Irgendwann kriegen wir auch noch den Mut, den die Piraten dabei haben. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Plagenbringer einfach alles Größere, was sie hatten, bis jetzt schon gefressen hat. Oder zerstampft oder was auch immer. Jasper schlägt vor, dass man das Blut der Gefangenen opfert, um die Handlungspunkte durch Blut zu regenerieren. Jasper ist so kurz davor in der Schädel zu kriegen. Jasper schlägt er das in meinem Beisein vor? Er flüstert das wohl eher, dass es eine Möglichkeit ist. Also ich möchte ihm dann zuflüstern, dass ich ihn über Bord werfe, wenn er sowas nochmal sagt. Nein, nein, nein. Dieses Mal werden wir sie vernünftig verkaufen, die Gefangenen. Gut, dann bekommt ihr wieder ein W20 für die Ladung. Neun. Äh, Pferde, Pavi, Ponys, 80 Dukaten. Was waren die Reaktionen? Ne, mehr Pferde. Das heißt, Pferde, naja gut, für 80 Dukaten könnt ihr entweder zwei Ponys haben oder ein richtiges Pferd. Nur zwei Ponys. Nur zwei Ponys. Dann zwei Ponys. Und ihr kriegt die, ja, die acht Handlungspunkte dazu. So langsam wird es gefährlich. Ihr kommt weiter nach Norden und, äh, das ist das letzte Schiff. Dann würdet ihr nach Cisal kommen. Dann bringen wir das letzte Mal auf. Gut. Zwei W20. Äh, ne, das ist... Sorry, sorry, das waren W12. Jetzt kriegt ihr die Immunarche voll in die Fresse. Ah, 26. 26. Oh, jetzt wird es interessant. Kann man schauen. Ah, W3 plus 1 Piratenschiffe unter gekreuzten Knochen, blutroter Charybdorot, Rune, Schädel und Säbel. Sie sind im Portifex Maximus in Mendena Tributpflichtig und auf dem Weg. Das sind vier. Das ist ein W4, genau. Das ist der falsche. Ich brauche ein W3, also ein W6 halbe. Ich habe keine W2. Ja. Das sind immer noch vier. Dann sind das jetzt vier Piratenschiffe. Und, äh, damit gehen wir in eine kleine Pause, damit ich diesen Kampf vorbereiten kann. Alles klar. Während ihr auf der Suche nach weiteren Piratenschiffen seid, könnt ihr erkennen, wie direkt vor euch einige Segel auftauchen. Noch 30 Meilen entfernt. Das ist die Entfernung, mit der ihr dann, ja, ähm, Schiffe ausmachen könnt. Zusammen mit dem Fernrohr kann dann Kiaras erkennen, dass es sich dabei um vier xeransche Taluken handelt, und die Kurs auf euch halten. Allesamt mit der... Segel am Horizont. Allesamt mit der blutroten Charybdoratrone. Wunderbar, Karinor. Habt ihr endlich was gefunden, das sich aufzubringen lohnt? Mendner! Bereit machen, auf Gefechtsstation. Das wird eine harte Nummer. Ei, ei, Kapitän! Auf Gefechtsposition! Kampfrollen einnehmen! Bronn, mach schon mal die Geschütze klar. Ich will, dass wir den Erstbesten direkt aus dem Wasser pusten. Ich vermute, wir nehmen die Rotzen, ja, Kapitän? Ei. Achmat, hm, schau mal zu, wenn wir nicht auf einen davon direkt zuhalten und mit den Beinen aus dem Gefecht setzen können. Achmat guckt sich die Schiffe am Horizont an. Und nickt dann irgendwann. Es könnte sich lohnen, zumindest zwei von den Schiffen intakt einzunehmen. Erst einmal müssen wir sie überhaupt an außer Gefecht setzen. Wenn wir auf die Ruder zählen oder auf die Ruderanlage? Das sind Taluken, die werden nicht gerudert, die segeln. Oh, aber sie müssen auch irgendwie steuert werden, oder? Bei dem, was die auf den Segeln haben, bin ich mir nicht sicher. Vielleicht werden sie vom Unwasser selbst einfach in die richtige Richtung getragen. Aber sie haben doch wie ein normales Schiff ein Ruderrad, oder? Ja, haben sie. Außerdem, die Männer haben jetzt einiges an Übungen in Enter-Manövern bekommen. Ich denke, es wird ihnen gut tun. Na, Kapitän, ich kann durch das Fernrohr erkennen, dass es sich dabei wohl, wenn ich das hier erkenne, jeder Schiff besitzt wohl eine Rotze links und eine rechts. Zumindest sind sie nicht auf, äh, nun ja. Sie haben sie nicht auf der einen Seite, linksseitig, rechtsseitig. Es ist egal, an welcher Seite wir vorbeifahren. Sie werden uns immer treffen können, oder? Wenn sie sie auch ausrichten, sie haben noch etwas Zeit, dann könnten sie eventuell auch noch umdisponieren, aber es sind zumindest zwei Mittler oder so. Das könnte vielleicht nicht unbedingt den Rumpf beschädigen, da wir, er klopft so ein bisschen auf das Unholz neben sich, genug Rumpf haben, aber, nun ja, wenn ein solcher Stein die Mannschaft trifft, dann, und, ja, dann wird uns das sicherlich mehrere Mann kosten. Lass das Schiff hochsteigen auf die Beine. Wir können einfach über sie hinübertrampeln. Dann können sie die Mannschaft nicht treffen, nur den Rumpf. Wollen wir nun alle vier Schiffe vernichten, oder nur oder eines, oder? Suchen wir den Kampf, umgehen wir sie, wie ist der Plan? Wir wollen auf jeden Fall alle vier außer Gefecht setzen. Wenn wir alle vier fressen können, ist das umso besser, oder wie Carino vorschlägt, welche wir halten. Aber zunächst einmal sollten wir uns um das Wohl des Schiffes und unserer Mannschaft kümmern, und keine Risiken mehr hingehen. Ich würde eins zerstören mit unseren Geschützen, eines sofort fressen, und zwei entern. Also scheint mir ein guter Plan. Es wird vermutlich, wenn wir es hinreichend behaken, nicht sofort sinken. Aber das überlassen wir, Brunnen. Gut. Halten wir also darauf zu, zerschießen eins, fressen eins sofort, und die anderen beiden gehen wir im Nahkampf fahren. Ich schaue noch mal, Ries. So begehen, dass wir von vorne kommen, dass sie keine Breitseiterung zum Kommen. Hm, das wird sie zum Wenden zwingen, dann können wir sie von hinten entern. Ich schaue noch mal kurz durchs Fernrohr. Haben die ein oder zwei Masten jeweils? Ähm, sie sind jeweils zweimastig, also das sind etwas größere Taluken. Mhm. Dann werden die Schützen, äh, links und rechts, an, an der Reding aufgereiht. Auch Ümer steht zwischen den Schützen mit seinem Kurzebogen. Wenn wir zwei davon erobern können, könnten sie durchaus genauso viel wert sein, wie unser Kopfgeld für eine Arche. Möglich, aber wir sind jetzt gerade nicht hier, um Geld zu machen, sondern um sicher nach Festung und zurückzukommen. Außerdem könnten wir die Schiffe benutzen, um die Ladung schnell in der Festung abzuladen. Das besprechen wir dann. Gut. Ron, wenn du eine Möglichkeit siehst, sie nur kampfunfähig zu schießen, dann ergreifst sie, aber geh kein Risiko ein. Ich werde versuchen, die Segel zu zerschießen. Gut. Na dann, vorwärts. Vorwärts. Ihr marschiert auf sie zu und sie ungebremst halten auf euch. Irgendeinen Plan werden sie wohl haben, dass sie sich gegen eine ausgewachsene Dämonarche stellen. Die Zeit vergeht. Ich laufe derweil unter Deck, über Deck, weil Kohlraben ist. Und sehtiere sie natürlich einmal, wenn sie noch nicht da war. Hm. Wird auftauchen, genauso wie Jasper, wenn du möchtest. Mhm. Ich würde schon mal ein Pentagram vorbereiten auf Deck, auf Oberdeck. Also Zeichen mit Kohl, Stifte, wie auch immer. Als Vorbereitung für einen Pentagrammer von Jasper, Kohlra, wie auch immer. Kohlra, Jasper. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Haltet nach irgendwelchen Dämonen Ausschau und wenn sich eine Möglichkeit bietet, schickt sie zurück in die Niederhülle. Falls sich keine zeigen sollten, versucht die jegliche, verzeihe, die jegliche restliche Magie zu bannen. Das werden wir tun. Andere Vorbereitung. Dann wähle stehen. Die Männer sind bewaffnet. Gut. Ich denke, das war's. Ja, die Position habe ich markiert und ansonsten müsstet ihr euch jetzt aussuchen, wie ihr auf die Schiffe zufahren wollt. Ob ihr eins in die Mitte nehmen wollt oder links- oder rechtsseitig angreift. Ich würde sagen, wir greifen linksseitig an, also dass wir das etwas blutige Heer direkt mit dem Maul angreifen. Und lassen, bevor wir da sind, von Bron die Stern von T-Sal zerschießen, die scheint mir am weitesten an der Seite zu sein. Damit wir sie möglichst nur auf unsere Rechten halten und nicht umgehen werden. Umgangen werden. Oder hat jemand andere Ideen? Klingt machbar. Das könnte durchaus auch sinnvoll sein, die Blutrochen ins Maul zu fressen und dann ein gleichzeitiges Enter-Manöver auf beide anderen Schiffe links und rechts zu machen. Können wir das, Achmat? Kannst du die beide mit den Beinen packen, wenn wir dazwischen sind? Entschuldigung, war gemutet. Wird schwierig, aber machbar. Gut, ausführen. Die Blutrochen wird gefressen. Okay. Dann Blutrochen. Steuert ihr auf das mittlere Schiff zu. Und zuerst mal wird er geschossen. Genau, das ist das Erste. Bei 500 Meter Entfernung könnt ihr erkennen, wie zumindest alle Schiffe auf euch schießen. Ob sie treffen, das ist eine andere Sache, aber ihr könnt genauso feuern. Dann ist natürlich die Frage, auf welches der Schiffe ihr schießen wollt. Ich mach's kurz. Wir haben hier vier Schiffe, jeweils zwei Rotzen, die sie haben. Das sind acht W20, die ihr von mir bekommt. Das ist gar nicht so gut. Eins, zwei, drei, vier. Vier Rotzen, die bei euch treffen. Und bei der Eins, das werde ich nicht bestätigen, aber das ist auf alle Fälle dann der volle Mannschaftsschaden. Da wird euch also irgendwas von der Mannschaft weggeschossen. Die anderen schlagen auf alle Fälle in das Holz der Arche ein. Schauen wir uns mal den Rotzenschaden einer mittleren Rotze auf Einzelwesen an. Das sind 5 W6 plus 8. 5 W6 plus 8. Dann sind das, das ist dann nur eine Person und nicht mehrere. Das heißt, ihr könnt erkennen, wie gerade einer der Schützen, der wohl in unmittelbarer Entfernung zu Ömer stand, gerade verschwindet. Ein blutiger Sprühregen, der so ein bisschen auf Ahmad niedergeht. Und du hast nicht genau verstanden, was passiert ist, aber irgendwie ist da eine Lücke in den Schützen, die wohl eben noch geschlossen war. Dann brauche ich von euch einen Schuss. Ich muss gerade gucken, wie viele, ähm... Wir haben sieben Geschütze. Sieben Stück. Das sind zwei Leichte Rotzen auf dem Vorderdeck, eine schwere. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Die hinten wird nicht benutzt. Oben, oben. Genau, und die hintere nicht, genau. Sieben Stück. Leichte Rotzen auf dem Vorderdeck, vier insgesamt oben und unten, eine schwere auf dem Vorderdeck. Ebenso zwei Leichte, die wir in Helmport haben montieren lassen, wie besprochen, aber die können halt gerade nicht besetzt werden. Okay, Abelmir, die Regentin Sküla Furtay. Eine Leichte Rotze, auf wen soll das Schiff schießen? Auf, ähm, wie heißt das? Die Effertsblutige Herzen, ich sage. Wir hatten doch einen Plan gemacht. Ja, wenn, äh, ja, Abelmir steht da und hat dann die Befehle gegeben oder die NPCs werden das so umsetzen. Die Effertsblutige See wird beschossen. Würfel doch mal bitte einen W20. Auf die 15 wird getroffen.